Dieses Video erläutert die Vorbereitung selbstregulierender Heizkabel für Chromalox-Teilesets der Serie U. Vor Beginn der Maßnahme muss die Stromzufuhr abgeschaltet und die vorschriftsmäßige Erdung der Anlage sichergestellt werden. Auch vor dem Abnehmen der Endkappe nicht vergessen, den Strom abzuschalten. Mit allen elektrischen Begleitheizungen sind stets geeignete Regelungs- und Sicherheitsapparaturen zu installieren. Beginnen wir mit dem Arbeitsgang. Führen Sie das Heizkabel wie gezeigt durch den Montagefuß und die Durchgangstülle. Gut 200 mm Kabel müssen aus der Tülle hervorstehen. Nun befestigen Sie den Montagefuß mit Schlauchstellen am Rohr. Achten Sie dabei darauf, dass der Metallband nur auf dem Rohr liegt und das Kabel auf keinen Fall zwischen dem Rohr und dem Metallband eingeklemmt wird. Bei Rohrdurchmessern unter 38 mm ist ein Adapter für kleine Rohre erforderlich. Ritzen Sie jetzt die äußere Isolation 180 mm vom Ende her ein. Schneiden Sie die Außenisolation vorsichtig von der Mitte des Heizkabels bis zum Ende auf und ziehen Sie sie ab. Achtung! Nicht in das Drahtgeflecht schneiden. Ziehen Sie das Drahtgeflecht zur Außenisolation zurück, sodass es sich kräuselt. Ziehen Sie das Geflecht auseinander, sodass eine Öffnung entsteht. Biegen Sie das Heizkabel um und ziehen Sie es durch die Öffnung im Geflecht nach außen. Ziehen Sie es straff. Ritzen Sie nun die innere Isolation gut 150 mm weit vom Ende her ein. Schneiden Sie dann die Innenisolation von der Kabelmitte nach außen hin ein und nehmen Sie die Isolation ab. Schneiden Sie das Material zwischen den beiden Leitern heraus. Damit ist die Vorbereitung der Leiter für das selbstregulierende Heizkabel beendet. Um die Installation des Teilesets abzuschließen, schauen Sie bitte das entsprechende Video an. Weitere Informationen zu Chromalox-Produkten finden Sie im Internet auf chromalox.de